Heute hier bei eurer Nummer 1 für China Android Smartphones, dem CECT-Shop zum Unboxing vor uns, das Huawei Honor 9i. Ja, beim Honor 9i handelt es sich also um die Modellnummer LLD-AL20. Das Gerät gibt es mit 4 plus 64 GB und 4 plus 128 GB. Der Internetspeicher ist um bis zu 256 GB erweiterbar. Ja, und wir haben hier wieder diese Honor-typische grüne Box am Start. Hier kommt das Smartphone zum Vorschein. 5,81 Zoll Bildschirmdiagonale, Abmessungen gerade mal 149,2 x 71,8 bei einer Dicke von 7,7 mm. Und einem Gewicht von gerade mal 182, Entschuldigung, 152 Gramm. Ja, im Lieferumfang dann enthalten, hier sehen wir schon einmal die SIM-Nadel. Also wir haben hier ein Dual-Hybrid-SIM-Kartenslot mit dabei. Des Weiteren doch einiges hier, das sich in der Box befindet. Jawohl, schauen wir uns das alles mal ein bisschen genauer an. Dann kommt hier einmal das Daten- und Ladekabel zum Vorschein. Wir haben hier Micro-USB verbaut. Dann ein USB-Ladeadapter mit 5 Volt und 2 Ampere. Also hier auch Schnellladetechnologie. Wir legen dann auch je nach Empfängerland natürlich stets den passenden Adapter dabei, damit ihr das Gerät auch ohne Probleme bei euch zu Hause laden könnt. Die Kontrollliste liegt auch noch mit bei, denn wir testen hier alle Geräte persönlich vor dem Versand an euch. Hier auch eine Schnellstartanleitung Dual-SIM. Ihr könnt es hier sehen. Also entweder 2 Nano oder eine Nano und ein TF-Kärtchen, das hier reingeht, reinpasst. 2 Watt pro Kilogramm wieder der SAR-Wert. Wir haben auch noch hier eine Garantiekarte. Das Ganze in Mandarin. Also ihr habt bei uns im CCT-Shop immer ein Jahr Garantie auf alle Geräte. Und hier noch eine Plastikhülle mit dabei. Also mit Aussparungen für Fingerabdrucksensor, Kamera, Dual-Kamera-Sensoren. Und hier auch Plus-Minus-Lautstärke. Und natürlich hier unten für die Anschlüsse Kopfhörer und Ladeport sowie den Lautsprecher. Ja, wie gesagt, gibt es in zwei Varianten 4 plus 64 oder 4 plus 128 angetrieben durch den Kirin 659 in schwarz-blau-lila und grün. Auch im 4G FTD LTE-Bereich werden Band 1, 3, 5 und 8 unterstützt. Also seid ihr auch gut aufgestellt. Und wie immer kann das Huawei Honor 9i ab sofort hier bei uns online im CECT-Shop bestellt und gekauft werden. Wenn ihr weitere Fragen habt, immer her damit. Hinterlasst einfach einen Kommentar oder kontaktiert unseren Kundensupport direkt per E-Mail oder über Facebook. Ihr findet wie immer weitere Informationen hier direkt in der Videobeschreibung unter dem Video. An dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren. Bis bald, euer CECT-Shop.